Wenn Max schon die Perücken rausholt, dann ist es gefährlich. Hola chigas und chigos, mein Name ist Jorge Alesi González Matriguelva. Aber heute bin ich für euch der große González. Wegen die Gong. Natürlich! Nie lange! Und heute mache ich für euch einen super guten Zauber-Shop. Ruhe, Ruhe, das ist sehr gefährlich. Oh ja, das ist ja gefährlich. Ich werde schlucken diesen Zweck. Viel Glück! Danke, Kurt. Ah! Ah!